Hallo und herzlich willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiede. Und diese Podcast-Folge hat das Potenzial, und das sage ich dir jetzt schon an dem Inhalt, was noch jetzt noch kommt, hat das Potenzial, die wichtigste oder die veränderndste Podcast-Folge für dich in deinem Leben zu werden, wenn du dich darauf einlässt und wenn du die Sachen selber vielleicht auch mal nachrecherchierst. Weil das, was ich jetzt hier sage, das hat Hand und Fuß. Und wenn ich dir alle Quellen verraten würde, wenn ich die mal aufzählen würde, ich glaube, ich würde ja nicht zum Ende kommen. Deswegen, ich habe dir meine Erfahrungen, auch die, die ich jetzt in diesem Jahr gesammelt habe, ich habe mich mit diesem Thema sehr, 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 sehr doll beschäftigt. Und dementsprechend möchte ich dir das alles gerne kompakt, so ein bisschen komprimiert weitergeben. Und es geht jetzt gerade, da natürlich das jetzt ja Neujahr ist, das ein Neujahres-Special ist, möchte ich dir die Vorsätze und Ziele mal so ein bisschen erklären. Beziehungsweise, was ist denn der Unterschied zwischen Vorsätzen und Zielen? Denn da gibt es einen Unterschied, einen ganz, ganz gravierenden Unterschied. Und wie kannst du effektiv vorgehen, wenn du dir deine neuen Ziele setzen möchtest? Also keine Neujahres-Vorsätze setzen möchtest, sondern wirklich Ziele, an denen du hart arbeiten wirst und die dich auch wirklich berühren, die du wirklich erreichen möchtest. Wie du dabei vorgehen kannst, dir deine Ziele zu planen für nächstes Jahr, das möchte ich dir alles hier in dieser Podcast-Folge verraten. Und es kann sein, dass dir das alles irgendwann ein bisschen zu schnell geht, ein bisschen zu schnell und zu viel Input. Und dementsprechend sage ich dir jetzt auch gleich schon, mach gern mal nach einer Information, wo du sagst für dich, ah ja, geil, okay, muss ich vielleicht mal nachgucken, muss ich mal nachrecherchieren oder muss ich mal darüber nachdenken. Mach gern da mal Stopp, mach gern mal Pause. Spotify zum Beispiel merkt sich, wo du aufgehört hast und dann machst du später bei der Stelle wieder weiter, wenn du dafür bereit bist. Und dementsprechend möchte ich auch gleich damit anfangen, bei diesem Neujahres-Special mit dem Unterschied zwischen Vorsätzen und Zielen. Fangen wir mit den Vorsätzen an. Ja, also Vorsätze haben schon, im Wort steckt eigentlich schon das Wort Vorsatz drin. Ja, also es ist vorgesetzt. Es ist einfach dir vorgesetzt und du kannst dir das auch selber vorsetzen, vor die eigene Nase setzen. Aber es ist dennoch nicht in dir selber drin. Kleines Beispiel, vielleicht auch ein bisschen abstraktes Beispiel, ja, aber ich werde dir das einfach mal verdeutlichen. Stell dir mal vor, Beispiel Linsensuppe. Ja, ich zum Beispiel mag Linsensuppe, ja. Ich bin irgendwie damit aufgewachsen, das ist alles ganz cool. Und meine Eltern mögen zum Beispiel nicht so richtig Linsensuppe. Ich glaube, vielleicht auch nur mein Vater mag keine Linsensuppe. Meine Freundin mag keine Linsensuppe. Und dementsprechend habe ich einfach mal dieses Beispiel genommen. Stell dir mal vor, du hast Linsensuppe wie die Pest, ja. Und du weißt, dass es auch irgendwo gesund ist. Und jetzt nimmst du dir für nächstes Jahr vor, öfter Linsensuppe zu essen. Hm? Kommt dir vielleicht bekannt vor? Ja? Nein. Also es ist ein sehr abstraktes Beispiel, aber so ähnlich geht es auch mit sämtlichen anderen Beispielen, wie zum Beispiel mehr Sport machen, Ernährung umstellen, abnehmen, etc. Ja? Dementsprechend sind Vorsätze nur vorgesetzt. Sie haben keine intrinsische Motivation, ja. Eine intrinsische Motivation, will ich dir erklären, die ist in dir, ja. In-trinsisch. Also da steckt das Wort in im Prinzip auch schon drin. Ja? So kannst du es dir am besten merken. Du hast keine intrinsische Motivation, keine innere Motivation, kein inneres Motiv, das auch wirklich zu machen. Das auch wirklich durchzuziehen zum Beispiel, ja. Du hast keine Disziplin, es langfristig zur Gewohnheit zu machen, ja. Und das sind schon zwei Sachen, da ist das ganze Ding einfach zum Schaltern verurteilt, ja. Also mehr Linsensuppe essen oder mehr Sport machen oder was auch immer. Es ist einfach zum Schaltern verurteilt, wenn du selber kein Motiv dafür hast und wenn du selber die Disziplin dafür nicht entwickelst, es langfristig zu einer Gewohnheit zu machen. Und dementsprechend ist ein Vorsatz nur vorgesetzt, ja. Jetzt möchte ich dir noch dazu ein Beispiel geben mit Gehirn und Körper. Jetzt wäre zum Beispiel auch ein Zeitpunkt, wo du eventuell auf Pause drückst, um über das Gesagte mal nachzudenken. Und für dich mal abzuwägen, stimmt das eigentlich, was der da sagt? Oder waren meine Vorsätze immer eigentlich, ja, die habe ich immer alle durchgezogen, die habe ich zu einer Gewohnheit gemacht, ja. Also vorgesetzt waren sie nicht. Also kannst du für dich gerne abwägen und mal selber darüber nachdenken. Ansonsten geht es jetzt weiter hier mit Gehirn und Körper. Ich will dir jetzt ein Beispiel geben, wie das Gehirn und der Körper zu funktionieren hat in dieser Hinsicht und wie die beiden reagieren, ja, auf so eine Veränderung. Also einmal, Gehirn und Körper, die wollen immer Energie sparen, ja. Also Gehirn überhaupt will sehr viel Energie sparen, hat eigentlich viel mehr Potenzial, als wir bisher nutzen, wir Menschen, ja. Und will aber trotzdem Energie sparen, weil das Gehirn braucht sehr viel Energie. Und der Körper zum Beispiel, der braucht auch sehr viel Energie, wenn er zum Beispiel Sport macht oder so. Und eigentlich will er immer so auf dem Lowdown-Level sich selber halten, um Energie zu sparen, für schlechte Zeiten zum Beispiel. Ja, deswegen siehst du dich auch häufig zum Beispiel auf der Couch oder wenn du halt nicht diszipliniert an deinen Zielen arbeitest, wie zum Beispiel mehr Sport machen, damit ich meinen Traumkörper erreiche oder so, dann siehst du dich halt oft auch vor Netflix, lässt dich berieseln oder so, einfach weil es sehr wenig Energie kostet, ja. Das Gehirn und der Körper wollen Energie sparen. So, und jetzt kommt die neue Gewohnheit, ja. Also du hast jetzt zum Beispiel einen Vorsatz, ja, du hast den Vorsatz, weiß ich nicht, mehr Sport zu machen. Und da erkennt das Gehirn schon, Achtung, Achtung, Alarm, Alarm, gefährlich, weil wird viel Energie brauchen, ja. Und da setzt das Gehirn ein und sagt, ich verteidige meine alten Gewohnheiten, weil meine alten Gewohnheiten brauchen nicht viel Energie, sie brauchen nicht viel Disziplin, also verteidige ich bis aufs Blut meine alten Gewohnheiten, wie zum Beispiel Gammeln vor dem Fernseher und Netflix-Sellen gucken, ja. Ja, also gibst du dementsprechend Mangelsdisziplin und intrinsischer Motivation, die du nicht hast, ja, gibst du nach mindestens, ja, maximal drei Monaten auf. Und so ist es tatsächlich statistisch auch bewiesen, dass die meisten nach drei Monaten spätestens, aller spätestens nach drei Monaten aufgeben, ihre Vorsätze sozusagen vor Augen zu halten und sie erreichen zu wollen. Dementsprechend, es ist halt nur ein Vorsatz und dementsprechend wirst du auch scheitern, ja. Jetzt kommen wir zu den Zielen, jetzt kommen wir zu den Zielen und da ist es jetzt ganz wichtig zuzuhören, weil das wird deine Zukunft sein, um deine Ziele auch wirklich zu erreichen, wenn du dir ein wirkliches Ziel vornehmen möchtest, ja. Und zwar ist die Definition, zumindest für mich, ist die Definition von einem Ziel, ein konzentriertes, fokussiertes, diszipliniertes, motiviertes Vorgehen, ja. Also Beispiel, du willst, ist jetzt mal plump dahergesagt, aber du willst regelmäßig Sport machen. Das ist noch nicht definiert, wie oft du Sport machen möchtest, wann und wo und keine Ahnung, ja. Sondern einfach, du möchtest regelmäßig Sport machen. Jetzt könntest du es möglicherweise definieren, indem du sagst, okay, ich setze mir das Ziel, dreimal pro Woche Kraftsport zu machen, a 30 Minuten plus 10 Minuten dehnen, zum Beispiel 5 Minuten vorm Sport, 5 Minuten nach dem Sport, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag und wenn du noch besser bist, um 18 Uhr bis 18.40 Uhr. Das ist ein klar definiertes Vorgehen, ein klar definiertes Ziel, was du dir steckst, ja. Es könnte auch ein Unterziel sein, ja, zum Beispiel von dem Oberziel, dein Traumkörper, siehe Bild, zum Beispiel zu erreichen, ja, also du hast dir ein Bild irgendwo aufgehangen mit einem dir schönen Körper, den du auch erreichen möchtest, zum Beispiel, ja, jetzt etwas Realistisches, nicht, keine Ahnung, nicht ein Körper, wie du gar nicht aussiehst oder so, sondern halt, was wirklich schön, was du selber auch schön findest, was du selber gerne als Ideal haben möchtest, ja. Du möchtest deinen Traumkörper, siehe Bild halt, erreichen bis zum 31.12.2022 zum Beispiel oder 2023, 24, wann auch immer, ja, aber in einem möglichen Zeitraum. So, das könnte dein Oberziel sein, deinen Traumkörper zu erreichen, mit dem Unterziel, regelmäßig Sport zu machen, dreimal die Woche, ja, und so weiter und so fort, was wir gerade durchgekaut haben. So, jetzt, ganz wichtig, komme ich nochmal auf Gehirn und Körper zurück bei so einem Ziel. Und zwar, wie schon bekannt ist, will das Gehirn und der Körper Energie sparen. Und jetzt kommt die neue Gewohnheit, jetzt kommt das Ziel, ja, und es ist wieder gefährlich, weil es zu viel Energie bedarf. Das Gehirn verteidigt die alten Gewohnheiten, aber jetzt ist ganz wichtig und daher unterscheidet sich auch ein Vorsatz von einem Ziel. Und zwar ist es diesmal so, du hast jetzt intrinsische, also innere Motivation, du hast ein Motiv, du willst deinen Traumkörper erreichen und du willst deinen Traumkörper um jeden Preis erreichen und fühlst, wenn du daran denkst, positive Glücksgefühle, ja. Also du machst zum Beispiel mal die Augen zu und so und stellst dich in dem erreichten Ziel vor und hast jetzt wirklich Glücksgefühle, du wirst durchströmt von deinen Gefühlen, du möchtest oder willst dieses Ziel erreichen. Das ist deine intrinsische Motivation, dein Motiv, ja. In Motivation steckt das Wort Motiv drin, dieses Ziel, diesen Traumkörper auch zu erreichen. So, das ist jetzt die eine Sache, die sich davon unterscheidet, ja. Die andere Sache ist, du hast oder entwickelst die Disziplin, deine Ziele dennoch zu verfolgen, obwohl du weißt, sie erfordern Fleiß, Blut, Schweiß und Tränen und fordern an Tagen, an denen du keinen Bock hast, halt die nötige Aufmerksamkeit, ja. Und du entwickelst das jetzt, du willst die Disziplin sozusagen entwickeln dafür, wirklich jeden Tag dafür zu arbeiten. Jeden Tag. Egal, ob du jetzt voll auf der Couch liegst, du nimmst die 3-Sekunden-Regel, du denkst gerade kurz darüber nach, diese 3 Sekunden und machst es einfach. Du machst es danach einfach, ja. 3 Sekunden, das braucht nicht mehr, ja. Aber immer, wenn du dich in so einer Situation siehst und mal kurz darüber nachdenkst, über deine Ziele, zack, mach diese Ziele. Also arbeite an diesen Zielen einfach, ja. Das ist Disziplin, die es verlangt, um zum Beispiel auch joggen zu gehen. An Tagen, an denen du deine Ziele hinterfragst, ja, dann setzt du dich einfach mal hin, für 10 Minuten, reicht völlig, ja. Du schließt die Augen zu entspannter Musik zum Beispiel, das mache ich gerne. Du lauschst deinem Atem, du atmest also kontrolliert, ja. Und du denkst an dich, wie du bereits deine Ziele erreicht hast. Das machst du an Tagen, an denen du wirklich mal deine Ziele hinterfragst, ob das wirklich so ein guter, ob das, will ich wirklich meinen Traumkörper reichen oder reicht nicht auch das und das, oder, ja. Dann denk einfach mal an deine Ziele, die du dir vorgenommen hast, ja. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar erstens, du fühlst dich glücklich und motiviert. Dementsprechend solltest du weiter an deinen Zielen arbeiten, weiter an deinen Zielen festhalten, ja. Und dann gibt es auch die zweite Möglichkeit, Du fühlst nichts und hinterfragst deine Ziele. Dementsprechend kannst du deine Ziele eventuell neu umformulieren. Also du hängst näher ran oder willst nicht mehr so viel erreichen. Aber wichtig, wichtig dabei ist, nichts aufschieben. Ziele sollten wie in Stein gemeißelt feststehen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Also wenn du dir einmal ein Ziel vornimmst, dann bitte, bitte halt an diesem Ziel so lange fest, bis du es erreicht hast. Und wenn du es erreicht hast, dann setz dir ein neues Ziel. Ganz wichtig. Wichtig, wichtig. Master-Tipp von mir. Setz dich am Jahresende zum Beispiel mal mit einem Freund oder mit einem Partner, der Ähnliches vorhat, beziehungsweise der sich auch Ziele setzt. Ja, muss nicht ein ähnliches Ziel sein oder so, aber der sich auch Ziele setzt. Setz dich mit denen einfach mal am Ende des Jahres hin und wertet mal gemeinsam aus. Was habt ihr erreicht und was habt ihr nicht erreicht? Was wollt ihr noch erreichen? Wie plant ihr zum Beispiel das nächste Jahr mit euren Zielen? Also erstens hast du dabei einen Ansporn, über das Jahr hinweg deine Ziele zu verfolgen, weil du unter anderem nicht dich und nicht den anderen enttäuschen möchtest, ja. Also cooler Tipp. Macht das einfach mal. Ich mache das zum Beispiel mit meiner Freundin und ja, dementsprechend macht das einfach das geil. Unterstützt euch da gegenseitig. Ähm, und dann gebe ich dir noch einen ganz, ganz großen Tipp mit Zielvisualisierung. Ja, großes Wort, Visualisierung. Und zwar ist das jetzt mal ein Umsetzungstipp. Den kannst du auch gerne sofort anwenden. Wir haben jetzt ein Neujahr. Also kauf dir mal bitte eine bunte A2 große, ja, so einen Papierbogen, so einen großen A2 groß und leg dir einfach mal fest, wie viele Ziele möchtest du eigentlich erreichen. Es kann auch nur eins sein zum Anfang. Wenn du vorher nur Vorsätze hattest, dann beginne jetzt mit deinem ersten Ziel, was du erreichen möchtest. Vielleicht ein großes Ziel, wie zum Beispiel Traumkörper und mach dir dann das Unterziel so und so viel Sport pro Woche. Vielleicht machst du dann noch einen Unterziel Ernährungsplan erstellen oder was auch immer. Ja, und dann beschrifte diesen A2 großen Papierbogen schön bunt, würde ich dir vorschlagen, weil das Gehirn nur mal an bunt denkt. Stell dir mal eine Blumenwiese vor. Wie sieht denn die Blumenwiese aus bei dir? Also ich denke mal zu 90% wird die Blumenwiese bunt gewesen sein und nicht schwarz-weiß. Und das sind jetzt Sätze zum Beispiel von Tobias Beck, übrigens einer meiner Vorbilder schlechthin, auch im Public Speaking oder in diesem Gehirnforschungsbereich. Richtig geiler Typ. Shoutouts an ihn. Er kennt auch mal so eine große Community. Ja, also das Gehirn denkt im Bunt. Deswegen nimm bunte Stifte auf bunten Grund und mit Schwarz-Weiß kann das Gehirn wirklich wenig anfangen und beziehungsweise kann wenig festhalten. Bilder aufkleben, unbedingt. Druck dir zum Beispiel deinen Traumkörper einfach mal aus oder so. Ja, es geht schneller als du denkst. Stell dir den Austen, kleb ihn auf. Was hast du vor, dieses Jahr noch zu erreichen? Was willst du noch an Besorgung machen oder was auch immer? An großen Dingen. Was sind deine Ziele? Bilder ausdrucken, Bilder aufkleben und dann gestalte einfach mal dein Poster, sodass es auch wirklich sehenswert ist. Und dann häng es dir am besten irgendwo hin, wo du wirklich jeden Tag entweder dran vorbeiläufst oder halt wirklich raufguckst direkt, wenn du aufwachst zum Beispiel. Ja, also ich zum Beispiel habe meins auf der Fernsehwand, beziehungsweise neben der Fernsehwand, wo ich, wenn ich, ich muss dazu sagen, wir haben unser Bett jetzt mittlerweile vorm Fernseher. Ja, aber wenn ich da aufstehe, ja, dann sehe ich da sofort meine Ziele und bin sofort motiviert, beziehungsweise bin sofort diszipliniert an der Umsetzung. Das finde ich total geil. Ja, ich mache das zum Beispiel so, ich habe meine Ziele mit einem Datum versehen, ja, dass ich auch wirklich ein Ziel habe mit Datum. Also zum Beispiel Traumkörper reichen bis dann und dann und dann und dann habe ich noch Kästchen zum Abhaken für jedes Ziel, dass ich auch wirklich schön großen grünen Haken mit dran machen kann, wenn ich so ein Ziel erreicht habe. Plus diesem dazugehörigen Bild halt, dass ich was bildlich vor mir habe. Was mir jetzt völlig neu ist, das mache ich jetzt ab diesem Jahr, ab Jahr 2022, habe ich Quartalsthemen, ja, also ich habe die letzten Jahre so behandelt, ich lese gern Bücher, ich interessiere mich wirklich für mehr als fünf Themenbereiche mit den und den Unterbereichen und lese dementsprechend auch Bücher darüber oder gucke mir Seminare an oder was auch immer. Ja, beschäftige mich richtig mit diesen Themen, recherchiere und so, aber ich komme sehr, sehr schnell durcheinander und dadurch, dass ich die letzten Jahre mal so ein bisschen durcheinander gekommen bin und mich explizit nicht monatelang zum Beispiel mit dem einen und denselben Thema beschäftigt habe, damit es auch hängen bleibt, ja, habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, ich mache mir jetzt Quartalsthemen. Ich unterteile dieses Jahr in vier Quartale, ja, also A3 Monate und beschäftige mich zum Beispiel den ersten Monat drei Monate lang mit dem und dem Thema, im zweiten Quartal mit dem Thema auch wieder drei Monate lang und so weiter, dass ich wirklich konzentriert mich mit diesen Themen auseinandersetze. dementsprechend dazu, dann Bücher lese, mich mit Personen unterhalte, Netzwerk schließe oder was auch immer, ja, und das will ich dir auch mitgeben, eventuell, falls du dich für mehrere Themen interessierst, dann setze ich gerne Quartalsthemen, ja, Quartalsziele oder so. Ja, das ist für mich jetzt sehr neu, ich würde dir auch, ja, ein Feedback geben nächstes Jahr, beziehungsweise Ende diesen Jahres dann, wie das Ganze für mich ablief und so und werte das dann natürlich auch mit meiner Partnerin aus. Ja, falls du irgendwie noch Fragen hast oder so, ja, falls dir irgendwas nicht klar ist, entweder hör dir das nochmal an von Anfang bis Ende oder ein paar Teilbereiche, arbeite gern mit diesem Podcast. Ich hoffe, ich kann dir hier dementsprechend auch zu deinen Zielen weiterverhelfen, dass du die Ziele setzt, zumindest dein erstes Ziel schon mal zum Beispiel und dass du an deinen Zielen auch wirklich diszipliniert festhältst. Denk immer daran, Disziplin ist nicht gleich Motivation. Disziplin ist es, dennoch umzusetzen, obwohl du keinen Bock hast. Motivation ist dein Motiv dahinter, zum Beispiel Traumkörper erreichen, ja, du willst deinen Traumkörper erreichen. Disziplin ist, trotzdem joggen zu gehen, obwohl du keinen Bock hast, obwohl es draußen zu kalt ist oder was auch immer, ja. Ja, mit diesen Worten möchte ich mich von dieser Podcast-Folge, von diesem letzten Jahr auch verabschieden. Ich freue mich auf dieses Jahr und hoffe, du hast ein ebenso erfolgreiches Jahr, wie ich es haben werde. Ciao, dein meiner Meister Maxi.